einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch ja zu einem neuen video bzw erneut angezockt wir wollen golf club wasteland anzocken ist ein ps4 spiel ich bin gespannt was uns erwartet und 50 prozent nicht hoch radio bis bei 30 80 und hello all you martians out there it's your tear and fix foot soul a bit of that old world flavor you're tuned to radio nostalgia from mars breathe easy kick back and reminisce fast ich will mal gucken wenn ich das vielleicht höher mache ob ich mit ihm mit ihm flack einlaufen kann ist der auch schon die sein wenn ich einfach gerade ausschieße Die Musik ist gut, aber ich fürchte, es gibt Konzentration. Ich weiß auch gar nicht, hat es Platin, das müssen wir auch noch mal nachgucken, da fragen ja auch immer viele nach. Oh, Zvere, ein paar Svetrophäen. Es hat sogar Platin. Au. Mit dem Schlag eingeloggt. Ach, knapp. Die Musik ist nicht so langsam. Sie wollen sich nicht. Oder? Oh. Es ist nicht. ah, das war es schon, jetzt können wir Challenge, Story Mode erkunde die Ölplattformen, ohne Druck ja, wir machen ohne Druck nicht runterfallen wie hieß es, da gab es doch damals um welche die Golf über eine Stadt gespielt haben Indoor Golf hätte ich vielleicht doch nicht so doll machen müssen vielleicht wollte ich mich doch verarschen nicht so ja nicht so Keine Sorge, sowas passiert, doch nicht schlecht. Wow, was a way to start the show. Anna Chochin will take my hand, her sublime take on our wonderful project called Humanity Beautiful. Plenty more to come in this whole show, a show packed with stories and music to remind ourselves of where we are and how far we've come. Komm ich von da drüben nicht auch irgendwie? Ah, ich könnte so hochkommen. Vielleicht ein bisschen einfacher als wenn ich es hier oben versuche. Ah ok, ich komme durch den Kran nicht durch. Das ist ein wunderschönes Business, wahrscheinlich nicht so wie man es eigentlich gedacht hätte. Oh, nicht dein Ernst. Ich schaue Reuters und meine Schäte. Schaue, ob es in den Fundamentalen gibt. Schaue, ob es auf oder auf geht. Und dann, wenn die Klochstrikes geht, bin ich auf dem Telefon. Ich könnte mich auf eine Klochstrikes in Bumblef***, Kansas, wo little old Sue loves to know how my daughter's doing. Oder ich könnte mich versuchen, zu kommen in die head von einem kraftvollen Russland, die weiß, dass der Welt seine Telefonnummer will. Das ist das, wenn die Psychologin geht, und ich gehe zu arbeiten. Wenn sie den Telefonnummer nehmen, dann bin ich. Das ist das Spiel. Ich habe angefangen, als ich, äh, 29, 30. Das ist halt ein bisschen doof, wenn man... Oh, nein, nein, oh, nein, nein. Wenn Sie ja jetzt die ganze Zeit Radio quatschen... ...wann der da jetzt englisch ist. und ich da mich aufs Spiel konzentriert, kann ich nicht die ganze Zeit lesen. Das Gute ist halt, man braucht nicht, man braucht nicht die Lava unbedingt. Oh, nicht dein Ernst, nicht dein Ernst. Oh, ich wollte nicht so doll machen, ich habe gedacht, dass er dann unten auf der Hand liegen bleibt. Das Gute ist halt, man braucht nicht die Lava, aber wir hatten alle das gleiche Gefühl. Das kann nicht last. Und sicherlich, wir waren richtig. Erst du nicht trinkst das Wasser, dann du nicht essen kannst, dann du nicht die Hände. Und dann schnell, wir werden nicht mehr able, die F***ing Hände. Ich erinnere mich auf mich und fragte, was für eine Zukunft sie hat. Nein, nein. Die Familie und ich haben bereits die Rutsche in Tesla-City gesetzt. Nachdem das die Katastrophäe wirklich geholfen hat, die Körperschaft wusste, dass meine Kontext in der Welt der Drillung und Refinung wäre sehr gut. Deshalb habe ich meine Werte an etwas mehr Privatsch. Jetzt sind wir alle, die diese kleinen Planeten zu halten. Minden die Martian-Kemikäuser für die Batteriebanks. Martian-Cement für die Gebäude. Meine pure little Emma hat eine Zukunft. Wenn jemand uns alle auf den historischen Büchern sitzt, es wird nur Menschen wie ich, die als Heroin sein werden. Es sind Menschen wie ich, die Menschen haben. Es sind Menschen wie ich, die uns weitergekehrt haben. Es sind Menschen wie ich, die uns weitergekehrt haben. Radio Nostalgia von Mars. Wow, das ist schon ziemlich heavy. Das reminds uns, dass All Kind es hier auf Mars ist. Aber wir sind alle in es zusammen. Ah! Oh nein, das wackelt schon auf. Was war das? Was war das? Was war das? Nicht normal. Ach toll, scheiße. Mal über Bande und dann kriegen wir nämlich erstmal da runter. 와. Ja. Das sieht doch gut aus. Yes! Es scheint aus Russland zu kommen, weil hinten russische Buchstaben sind. Das ist aber mal was anderes. Indoor Golf. Autogolf. Meilleu. Ah, sehr schön. Die Kinder sing. Pull them back. Hey, why cheat? The city will show their sharp steel teams. Und bleibt da liegen. Okay. Reaches of the world. Oh, das war knapp. Oh man, ich wollte eigentlich mehr. Oh man, ich wollte eigentlich mehr. The smell of sweat and blood through stone. The news is wont, the children gone. Enter the rat race to battle hole. Which way in back do we want? Hey! That was good. Just a reminder that until further notice there is a moratorium on all team leaders playing card and board games with their teams following an incident over a game of Monopoly in section C. All senior section team leaders will convene for emergency counselling and anger management courses. Until then there will be no intersectional board game tournaments and no games with groups larger than four people at a time per team. In the interim teams are encouraged to take advantage of the half ration special on Omas. A delicious relaxing drink that takes the edge off of everything. Our next quarter Yamil takes us into her world of food, smells, sensuality, blue skies, a personal song to remember. Histoire, mémoire, le bon vieux temps, source original, fable authentique, espoir, inspiration, drama, music, radio nostalgie, de Mars. Oh, what is that? I'm kidding. I'm kidding. Okay. I'm gonna close. Let's see. Thank you. I'm gonna start my office. We're reading, what's the first question here? Bananas, Kokonat, Mama's Food, Ropa Vieja, De La Abuelita, El Congris, La Yucca con Mojito. The most beautiful sun of Malecon, the smell of my street when the rain falls, make me into the person I am. So, when I left, I grew stronger. I experienced the world, but forever stayed incomplete. I'm going to be kidding me. We were full of life, laughing on warm nights under blue sky, touching each other. The air filled with the smell of sweat from ice. Okay, we are going, playing from an apartment. Now, the only way I can fill this scent is... Frisst die Kuh auf, oder was? How was it? I don't know how to tell you. How was it? I don't know how to explain what happened. I thought it would be good. I thought it would be good. That's the light. High and high. High and low. 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 Obwohl, da geht es ja durch, oder? Oder auch nicht. Mann. Mann. Danke, Yamil. Was eine wunderschöne Geschichte. Er erinnert uns, dass das Leben so viel mehr ist als nur die Überleben. WC? Boah. Aber jetzt geht es das erste Mal nach unten. Wir machen das. Wir machen das. Ich hatte eigentlich gedacht, ich mache davor. Leck mich am Arsch. Ich wollte eigentlich davor und dann da rein. Das war gut. Ja, manchmal diese kleinen Dinger, was ich euch immer sage, die sind die, die aufhalten. Das sieht so ein bisschen komisch farbig aus. Ich will mal da durchtreffen. Ob ihr da einen Bonus habt. Oder ein Trophäer. Ich werde unten durchgeschossen. Oh, scheiße. Geil. Ja. Also 35 Levels sind es insgesamt. Wow. Ja. Ach komm. Mach mal den Abschluss hier. Also ich finde es schön, dass es mal was anderes ist. Ich nehme mal diese normale Golf. Sieht aber auch ein bisschen trist aus. Das ist halt nur von links nach rechts. Aber trotzdem muss man ziemlich genau mit der Skala umgehen. Und das macht sich manchmal mit dem L3 echt ein bisschen doof. Wie viel ist weit? Wie viel ist zu weit? Wie viel ist zu wenig? Wie viel ist zu wenig? Und das ist... Schon wieder am Sack. Und die Level werden immer kniffliger. Der Brumm. Wir müssen da hoch. Also da oben rein. Oder da rein. Lebchen! Das ist ja auch ein Wachstum. Das ist ja auch ein Wachstum. Das ist ja auch gut. Ich habe auch gut drückt hier oder was? Ah ok. Na pisch ich da? Ja. Ja. Ich komme da nicht rüber. Ich muss... Ah. Ich komme da nicht rüber. Ich muss... Ah! 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 Ich komme da nicht rein. Ah, das mache ich nicht. Aber alle Wilde sind reciclt. So hab ich dann in den Funnel installiert. Sehr schön! Speaking of pee and poop... Wir haben früher die erste, die fische Kommission mit der Kolonie... ...und unsere nächste Caller Sophia... ...tell uns, was es soll, sich als neue Mother.. ...wein Mars zu sein. Ah, das ist guide. So weit. So weit. Aber dann ist es ja wirklich Schluss. 25 Minuten. Just a wink. We welcome our baby boy to the world. Vielleicht mal gucken ob ich immer noch synchronisieren kann. Ed steht schon mal da. Da muss man bei einem PS4 spielen. Muss man hier aufpassen. Die stehen dann nicht da. Und dann kann man wieder nichts machen. Aber Ed funktioniert. Ist ein schönes Golfspiel. Indoor, also Outdoor Golf. Mal was anderes. Es ist jetzt nur nach links und nach rechts. Ein bisschen düster gemacht. Du weißt schon wieder, dass das eine von euch nicht gefallen wird. Aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Obwohl es jetzt immer knackiger wird. Vom Schwierigkeitsgrad her. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen während Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.